Willkommen zurück meine Lieblingsfreunde, ich bin´s euer Odo. Ach, was hab ich jetzt gemacht? Ich muss Kates Buch zurückgeben. Hast du? Ah, bist du auf bitte da zurück zu gehen? So, also... Ach, warte mal. Verdammt, so weit sind wir zurück? Okay, nein, das wollte ich nicht. Ach, Gott. Ärgerlich. Kate? Du und... Ja, ja. Komm in, Mats. Ja, können wir überspringen. Ja, das lassen wir zurück. Ja, ja, danke, danke. Was sind wir ungefähr? Warum? Was sind wir ungefähr? Das klingt nicht nach dir. Oh, bist du hingegangen. Ja, das hat mir schon. Ja, 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 ja. Können wir das bitte schneller machen? Ja, 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 ja. Können wir schon,これ können wir Courten gehen." Ja, ja, ja. Können wir schon, видим sein. Können wir schon, können wir schon. Können wir schon. und ja 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 ok danebenlegen hier fast überspringen wohlzeit gehen so aber jetzt na gut so da sind noch Leute mit denen wir reden können sollen wir mit der Brook reden hmm hmm schniegert sie nö nö siehst du das wissen alle nur du nicht dass ich sehr froh auf dich steht na gut was soll ich sagen das ist sehr obvious schauen wir mal an was ist das das ist so damn cute how much Dana is into this Halloween party whatever they're watching must be hot stuff hello Juliet hey Max did you check out Kate's hot video yet uh that's so not cool i didn't get wasted on camera and get busy with the vortex club Kate's not like that and you know it really check her out and tell me what she's like do you believe everything you see like Zachary sexting Dana touche now i feel like an ass thanks for finding out the truth yesterday what about Zachary what about Zachary did you let him off the hook when he acts like a worm i let him dangle glad to see your back in action you have a good heart max and i won't watch kate's video anymore or pass it on that's the spirit thanks Juliet sure talk to you later what's happening Dana everything cool between you and Juliet oh yeah thanks again for releasing me from her captivity by the way the best and biggest news of the day is that Trevor asked me to the Halloween shindig that's awesome Dana at least we're showing our faces together in public so you absolutely should go with us borrow one of my outfits and come as a cute geek couple with your bitch Warren I'm not big on cosplay don't let life pass you by max so are you coming to the party or not why the fuck not if i hated i can always go back to my room that's the spirit max after this you'll be ready for a rave it does sound like fun now i have to go contemplate my party future what is hmm speaking of Halloween look at all this makeup at least Dana knows how to use it Immerhin kannst du dich duschen, das ist auch schon okay. Hey, Rollschuhe, können wir die mitnehmen? Das könnte ich sein. Wir werden nicht die fremden Computer benutzen, das gibt es ja wohl nicht. Anti-Baby-Pille, ach so. Verstehe. Oh, das ist eine Papier-Gogen. This is both sad and pathetic. I know, I suck at writing, but I thought I should write this so you might not hate my dump ass forever. I know I act like a tough jock around everybody, but I never had to act around you. I'm not the kind of man you deserve. So if you saw how I pushed out, if you need any money, let me know. Willkommen zu Black Hill. Okay, der potenzielle Vater, würde ich mal sagen. Okay, gut, gehen wir. So. Der erste Zimmer, Anschlagbrett. Müssen wir... Hey, da können wir uns Karten anschauen. Ich liebe Karten. Willkommen zu Black Hill. Willkommen zu Black Hill. Taylor Christensen. Müssen wir über mich jedem reden eigentlich? Ich hoffe nicht. Weil diese Kinder möchte ich gar nicht sehen. Black Hill isn't that big, but it sure feels like a labyrinth. Samuel truly is a weirdo, but he is great at cleaning up. Okay. Ah, linke Maustaste, wohnheim am Mädchen verlassen. Na gut, na genau. Wo wollten wir hin? Wir treffen uns irgendwo mit irgendwem. Na mit der Chloe. Ah, da ist der Weirdo. Er spricht mit Vögeln. Äh, das ist noch immer in Ziegeln. So, mein guter Samuel. Ah, da ist Samuel. Up early. Already commuting with the Critters. Hey Samuel. You're up early. Oh, hello young Max. I do love the early morning. Everything is so calm and quiet. Oh Gott. And I can feel the animals waking up with me. That's one thing I truly love about Arcadia Bay. It's all those cool animals in the forest. Your squirrels always come in the morning. For food. I can hear them whisper. What animals do you see in the forest? What animals do you see in the forest? Don't laugh, but... I saw a doe that seemed to be looking right at me. Like it was trying to communicate. Oh, that's your spirit animal. Nothing weird there except you saw yours. No, Gott. Could be a sign about your destiny. There's still so sorry something. What do I know? My spirit animal is a squirrel. So, what did you think about that freak snow shower yesterday? Another message from the earth to get our shit together. I will say that Samuel hasn't seen anything like that before. I so don't want to get in the way of your morning ritual. See you later. Of course you will. So, hello, Vogel. We'll see you next time. The birds are flocking around Samuel. Yeah, he's feeding them too. And he's feeding them just a few times. Can't Blackwell have at least one no-football zone? I've never seen Samuel wearing shades. And what's with this other crap? Mm-hmm. I can see that Samuel is concerned, but does he need a poster? How did Samuel get photos of Rachel posing? Maybe he's doing it. Maybe he's doing it. Okay. There's no way, obviously. This door leads to nowhere. Two. 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 I definitely won't play with this thing again. Why so not? Ooh, a axe. Samuel really should keep this locked. It's a waiting accident. And too easy to sneak into. Yeah, can we take it? Can we take it, please? We need it. I'm sure we are out of the way. Damn it. No more. Unfassbar. Can we actually walk? Is that going to be a way? Ah, there's already someone. That's the Taylor. I don't think I've actually seen Taylor alone without Team Victoria. Hi, Taylor. Why would you even talk to me after the shit you pulled yesterday with Victoria? I don't want to fight with you or Victoria. Instead of smack talk, let's just talk. For once. You're funny. Well, I'm not doing anything at the moment. So talk. Why do you hang out with Victoria? She's pretty mean to you and Courtney. And she's bossy, too. Look, you don't know her. I do. And she's one of the best friends you could have. I guess I've had mean bossy best friends, too. Better than having mean bossy parents. I would love it if my mom was meaner bossy instead of sick. Oh, whatever. We've had our talk. Well, then she's back. Let's go back. Oh, we're so fies. Okay, so is it not to talk with me. I'm afraid we have to talk with him. Warren is out and about already, too. Looks like he's waiting for somebody. Yeah, on whom, you idiot? Warren, what are you doing here? Nothing. Waiting? For a call? I mean, I already took the call. Anyway, I wanted to rap about that action. That was intense. Everything happened so fast. I owe you. Oh, yes, you do. I got knocked on my ass by that dick. I'm some personal superhero. You're a real everyday hero. You stood up to a bully and it was awesome. Even though you left me with said bully and ran off with that girl, she's pretty punk rock. How do you know her? And it was Очень cool. And old friend, Chloe Price? We haven't seen each other in a while. I bet you were glad to see your blast up in that truck like a rockstar, which begs the question. Why is Nathan Prescott getting psycho on you? Nein, wir ziehen ihn mit rein. Der ist viel zu süß. Der Drive-In hat einen 70er-Planet-of-Apes-Marathon. Los geht's, Ape! Klar, wir machen alles. Wir gehen zur Party, wir gehen zum Planeten D'Afen, aber mit dir gehe ich auf jeden Fall hin. Ja, das ist genau das, was ich brauche. Ich liebe diese alten Ape-Filme. Das war leichter, als ich dachte. Cool, ich schreibe dir die Info. Wollten wir nicht auch fragen, wo zur Party mitkommt? Okay. Na gut, ja, Kino ist auf jeden Fall besser. Nicht mal aus-taste den Bus nehmen. Na gut, dann nehmen wir den Bus. Auf zu Chloe. Wo sind wir hier? T-Shirt gruselig aus. Das ist ja gar nicht der Fahrer. Nein, bitte nicht wie die Musik hören. Oh, kann ich eben sich abdrehen? Das macht mich wahnsinnig. Lüdel-lüdel-lüdel-lüdel-lüdel-lüdel-lüdel-lüdel. Was sind diese Typen her, die das gesungen haben? Das hören sich Mädels und Burschen nicht wirklich an, oder? Bitte sagt mir, dass euch sowas nicht anhört. Wo ist Punkrock hin? Oh, ist das langweilig, diese Musik. Diese Videos dauern uhr lang, weil wir ständig irgendwelche Videosequenzen haben, die wir unbedingt sehen müssen. Okay, sie schläft ein, finde ich gut. Okay, schau, der lustige Leuchtturm. Diese Soussion habe ich letztens geführt, in Computerspielen muss man einfach immer alles angreifen, anschauen und mitnehmen, was geht. Das ist natürlich in der Realität nicht ganz so. Hey, wir haben es geschafft. Wir steigen wieder aus diesem langweiligen Bus raus. Können wir es bitte? Okay. Okay. Was ist das? Und Frau? Ja, schon muss die Frau an. Ja. Was heißt... Where are things good? I can't even afford to live here. Well, good luck. Thanks, I sure need it. Wie früh? Ja, ja, glaube ich, komm gleich. Ich ignorier dich nur weiter. So, jetzt schauen wir uns mal den Ding raus. Das war halt schon, der war auch nicht aus. Der ist sicher nicht älter als ich. Das ist wie alt. Yep, got my lottery ticket right here. Waiting for the bus so I can cash it in. Okay. Was ist die Bushaltestellen? Haben die keine Dings? Was sind das für bescheuerte Bushaltestellen? Wieso steht da nicht drauf, wann die kommen? Na gut, auf ins Diner. Flyer. Schauen wir uns das noch grad an. Mehr Flyer. Schau mal an all diese Flyers. Es ist so schade, dass niemand sie lesen wird. Ja, wir haben sie ja jetzt hier gelesen. Ja, ja, Krusty ist aber nicht wirklich. Da sprechen wir doch mal mit dir. So was kommt vorher. So was kommt vorher? Ja, wir haben sie gut gehört. Ja, wir haben sie gut gehört. Ja, fürchterlich schon wieder die Prescots, diese Widerlinge. Die Prescotts haben viel Kraft. Sie können die Stadt wiederholen die Stadt Prescott Bay. Das sagt dir viel. Okay, das ist sie. Sie kennen sie? Sie sind gut für meine Arbeit. Ich weiß sie durch ihre Schleifte. Let's not get down, Kast. Ich höre die Fisch-Kollung von Bali-Hai. Never vergessen, dass alte Fischer-Mann niemals sterben. Wir haben nur das Gefühl. Ich würde gerne lernen, aber ich muss gehen. Okay, also warte mal, die Chloe hat auch irgendwas geschickt, glaube ich. Ah, ja, was willst du? Mama füttert dich. Das hoffe ich. Was? Ich stecke dir den Tisch hinterher nach. Achso, sie ist spät dran. Na super. Zuerst drängt sie mich, dass ich mich so beeile und dann bin ich dort und dann ist sie zu spät. Hey, wir haben ein Kaninchen-Foto. Das Mysterium vertieft sich und es gibt keinen Common, nachdem ich die Glorion-Train-of-Kate rumhaken höre, bla 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 bla. Okay, es ist ziemlich straightforward eigentlich. Also ich glaube, ich lasse mich gerne vom Gegenteil noch überzeugen, aber... Ja, 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 ja. Wenn ich den Posten habe, um die Schweizer zu treffen, sah ich, wie Nathan und David sich unterhielten. Ja, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der... ...wahnwitzige... ...ähm... ...wie heißt er? Ja, schauen, da geht's rein. Geht's da rein? Da ist schon wieder dieses Plakat. Bis du dir weh. Man, das Smell of Breakfast and the Sound of clanging silverware... ...makes me feel 13 again. Ja, schauen wir uns mal an, was da ist. Good Lord, talk about apokalyptisch. Japan Estates. Prescott Development invites you to live within the woods. Affordable luxury homes. Forest, ocean and lighthouse views. Coming soon to change the way you live. Okay. Was ist da? Halloween Party? Oh Gott, eine Parade. Das ist so amerikanisch. So, da ist ein Polizist, da ist ein Typ, da ist ein Fischer. Da ist ein Korgelbeautomat. Oh Mann, ich wüsste, das ist das gleiche Korgelbeautomat, als ich hier letztendlich war. Mhm, deswegen werden wir keine nehmen. Okay, da sind Broschüren. Dieser Mann hat sehr große Koronis. Inbricht die Kustel für die All-Day-Sea-Adventure. Arrrrrr. Hm, kein Charter-Developer, blablablabla. Interessiert mich nicht. Ist das besser? Was ist das? Warum so nicht so lustig zu kurs? Discover exciting history on the high sea. Echt jetzt? Visit us on the web to schedule bla bla bla. Ok, wir können das mit irgendwelchen Booten aufs Meer fahren. Offensichtlich. Und was ist das? Ich könnte Chloe mit mir schauen. Sasquatch Field Trip. Explore the wild woods of Arcadia Bay with respected cryptozoologists. Chuck Pierce Jr. Oh Gott. Ehh, die Postkarten und T-Shirts. Wieso nicht? Ich würde ein Karte kaufen, aber sie sind so verdammt touristisch. Okay. Dann werden wir uns übersehen. Ich glaube nicht da. Komische Frau, finde ich gut. Gibt's auch eigene Sitze für Trevor und Justin? Sollen wir mit denen reden? Oh Gott. Justin ist such a mellow dude. Was up Justin? Getting my coffee on before I cut class and destroy some rails. Shouldn't you be taking photos? I am always taking photos. I am a camera. You crack me up, Maxter. Of course I'm baked. So I'll laugh at anything. You should be studying, bad boy. So where's all your homework, schoolgirl? School? Speaking of buds, I saw your bro Trevor sneaking out of Dana's room. Trevor finally told me about him and Dana hooking up. He got there first, so I snooze and I lose. See you later, Max. Trevor looks as happy as Dana did. Hey Trevor. Holla, Max. By the way, I know you saw me in the dorm. Yeah, I saw you coming out of Dana's room. Yeah, and I finally had to tell Justin because, well, he was into her too. How did Justin react? I got him blazed. He was cool. Nobody has secrets in Blackwell anyway. See you in class, Max. I got you, babe. How apropos. But no fucking way. Yeah, that would be better than the music that you just played. It's a banjo and a guitar piece. I don't know what I prefer. I don't know what I prefer. The banjo. The guitar is enough. Wow. Ken Keezy with Joyce? That's so perfect. Okay. Was steht da für Joyce? Die besten Burger und wundervollste Atmosphäre in Oregon auf Bald Key. Wer auch immer Ken Keezy ist. Okay. Fische. Ein Haufen Fische. So, da gibt's noch verrückte. Kuchen. Droll. Want everything. Okay. Wurde schon noch finden. Hey, das ist ein Lkw-Fahrer. Truckers have such a romantic life. Always on the road. Ich würd nicht sagen, dass das romantisch ist. Aber gut, ich bin ja kein Schüler. Uh, hello? Pardon moi, but you're in my eyesight. Let's go first. Isn't everything in here with an eyesight? I don't care for your tone. You sound like Joyce. How does Joyce sound? Bossy and smart-ass. Like you. Joyce rules. I'm gonna be exactly like her when I grow up. Looks like you're on your way. I've been coming to this dive for three years, And Joyce gives me shit like it's going out of style. That's how she rolls. That's why I worship her every move. Good. I can't wait to see you flippin' greasy bacon in a diner when you grow up. Exactly like Joyce. Now pardon me while I get back to my coffee. Hehehehe. So you're gonna have to do that. But you're gonna have to do that. That's a great conversation. I wouldn't last one day as a trucker. Those rigs are too damn big. I don't feel like talking right now. I gotta deliver a load of breakfast to my stomach. Over and out. That officer looks nicer than a wannabe cop David Madsen. Hello sir. Hi young lady. You look a little lost. No, I've been here many times. It's like a fourth home. I wish I could make the two whales my first home. Joyce making rocket coffee or juicy burgers at a time. You look about Chloe's age. So you know Chloe? Sadly we all know Chloe down at the station. Poor Joyce. Just heard that Chloe even had a pot dealer in her room. Hehehehehe. Hehehehehe. Uh, who told you that? I didn't hear it on the police scanner. Joyce said the weed belonged to Chloe's friend but... I highly doubt that. Joyce didn't tell you who? She wouldn't. Afraid I'd go arrest somebody. As if I would. I'd just tell that loser to stay the hell away from Chloe. Or else. Hehehe. Just kidding. Besides, David Madsen's watching over. Is she a friend of yours? I know her. Then you know she's a handful. Uh, what? She can be, but she can also be a good friend who shows up when you need her. Sounds like you're a good friend. I wish she would be a great daughter and not cause Joyce so much stress. How well do you know Joyce? I know her delicious grub. Everybody at the station comes here. We take care of this place like it's our own kitchen. And Joyce like she's our... Our mother. I guess you're friends with David Madsen. I wouldn't use that word. We know each other. Why do you ask? He kinda has a reputation at Blackwell. I have respect for David. He served his country. He found his calling at Blackwell. At the station, we're happy David is exactly where he is. Not everybody can be a cop. I have to go now. Enjoy your breakfast. By the way, one thing I can tell you for certain is to stay away from that RV outside. I usually stay away from sketchy parked vehicles. Why is policy? The guy who lives in it, Frank, is pretty sketchy himself. That's all I can say for now. I should finish up my coffee and get to work. Okay. At this point here, Chef. Let's do it for today. Uh, wrong. I'm not going to charge.